Ich bin so excited. 32 Kouns, vier Wände. Der Tanschrader wird rechts und wir haben einen Rolling Bein nach rechts. Wir haben also eine Grenzdrehung, Klapp, das Gleiche dann wieder zurück, also wieder eine Grenzdrehung, Slide, Klapp. Jetzt haben wir viermal Spivitz und haben wir die Arme diagonal nach oben und nach unten. Wir haben also rechts, links, rechts, links. Dann haben wir Schafelsdiagonal und haben noch mal die Rolle mit den Händen und dann noch mal Schafel vor, Schafel vor. Mit rechts danach, Rook und halbe Schritt vor mit links und dann Kick, Kick, Kick. Kick und Side, Touch, Viertel, Touch. Das zählen wir einmal durch. Wir haben also 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 6, 8. 1, 3, 5, 6, 7. 2, 4, 8, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 7, 10, 10, 12, 14, 14, 15, 15, 16, 14, 16, 18, 20. 15, 18, 22, 15, 16, 21, 20, 20, 30, 15, 20. Untertitelung des ZDF, 2020